Rentner machen sich strafbar, das kann sehr schnell gehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute mal ein Thema, Sie kennen das bestimmt, Sie sehen es Tag für Tag. Sie gehen durch die Fußgängerzonen unserer Städte oder vorm Supermarkt, vorm Bahnhof. Und da sehen Sie sicherlich viele Rentner, die Pfandflaschen sammeln. Und meine Damen und Herren, freiwillig sammelt mit Sicherheit niemand Pfandflaschen aus Mülleimern, sondern das tun diese Menschen aus der Not heraus im Wesentlichen, weil die Rente nicht zum Leben ausreicht. Mit dem Sammeln von Pfandflaschen wird mit Sicherheit auch niemand reich. Aber mit dem Sammeln von Pfandflaschen kann es trotzdem schnell passieren, dass Sie Steuern zahlen müssen. Und das ist der Punkt, Sie machen sich im Zweifel strafbar, denn das Sammeln von Pfandflaschen kann zu einer Steuerpflicht führen. Und wenn Sie das nicht beim Finanzamt in Ihrer Steuererklärung angeben, dann kann das im Extremfall Steuerhinterziehung sein. Das ist nichts Neues. Das hat übrigens der BfH, also das höchste deutsche Finanzgericht, bereits 1973 so geurteilt. Damals ging es um ein Ehepaar, das in einem Kino-Kolaflaschen gesammelt und diese im Supermarkt abgab und dafür das Pfand erhielt. Aber der Reihe nach. Rein rechtlich gesehen kann das Pfandsammeln zu den gewerblichen Einkünften oder den sonstigen Einkünften zählen. So auch der BfH 1973. Das hat übrigens kürzlich auch nochmals ein Sprecher des NRW-Finanzministeriums bestätigt, denn er hat gesagt, alle Tätigkeiten mit Gewinnerzielungsabsicht sind gewerbliche Tätigkeiten und demnach kann auch ein Pfandflaschensammler diese Kriterien erfüllen, sodass er mit seinem Gewinn gewerbliche Einkünfte erzielt. Wie kommt man auf gewerbliche Einkünfte? Nun, per Gesetz sind gewerbliche Einkünfte die, die die folgenden Merkmale erfüllen. Man muss selbstständig nachhaltig, also mehrmals, mit Gewinnerzielungsabsicht und der Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tätig sein. Selbstständig? Klar, der Pfandflaschensammler ist nirgendwo angestellt, also er macht das selbstständig. Nachhaltig, also in regelmäßiger Wiederholung. Wer also täglich oder wöchentlich Pfandflaschen sammelt, macht das nachhaltig, mit Gewinnerzielungsabsicht. Nun, es stehen ja keine Ausgaben dagegen. Ganz klar davon abzugrenzen sind beispielsweise, wenn sie ihre eigenen Pfandflaschen abgeben. Da sind wir natürlich jenseits der gewerblichen Tätigkeit. Das also keinesfalls falsch verstehen. Das sind ihre Pfandflaschen, die sie bezahlt haben und wieder zurückgeben und das Pfand zurück erhalten. Das hat nichts damit zu tun. Und selbst wenn, sie würden ja eine Flasche, sagen wir, für 25 Cent kaufen und wieder für 25 Cent verkaufen. Sie können ja keinen Gewinn erzielen, dann scheitert es ja an der Gewinnerzielungsabsicht. Und demnach schon per se keine gewerbliche Tätigkeit. Aber der Pfandflaschensammler sammelt ja mit Gewinnerzielungsabsicht die Pfandflaschen ein. Er möchte sich ja was zu seiner Rente in dem Fall hinzuverdienen. Und Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr? Klar, er gibt die Pfandflaschen im Supermarkt, im Flaschenautomat ab und erhält dafür Geld. Das heißt, grundsätzlich werden diese Tatbestandsmerkmale gewerbliche Tätigkeit mal erfüllt. Und ich sehe das im Zweifel nicht zwingend als gewerbliche Tätigkeit. Aber selbst wenn die gewerbliche Tätigkeit zu verneinen ist, dann landen wir dennoch in § 22 Nr. 3 bei den sonstigen Einkünften. § 22 Nr. 3 Einkommensteuergesetz. Da fallen auch Unterhalt, Renten, private Veräußerungsgeschäfte und so weiter darunter. Und damit, wie gesagt, der Pfandflaschensammler, der das wirklich regelmäßig, selbstständig, nachhaltig macht, müsste, wenn man ihnen die Einkünfte aus Gewerbebetrieb kategorisiert, sogar ein Gewerbe anmelden. Das Gewerbe Pfandflaschensammler. Alternativ, wie gesagt, so auch viele Experten, finden Sie auch in den Einkommensteuerkommentaren, ist das Sammeln von Pfandflaschen bei den sonstigen Einkünften einzuordnen. Dort gibt es immerhin eine Freigrenze von 256 Euro pro Jahr bei den sonstigen Einkünften. Allerdings eine Freigrenze im steuerrechtlichen Sinne heißt, wenn Sie ein sind, darüber sind, fließen diese Einkünfte ab dem ersten Euro direkt in die Steuerberechnung. Nun stellt sich die große Frage, ab wann müssen Sie denn Steuern zahlen? Auch im Sinne Steuern zahlen, wenn Sie Pfandflaschensammler sind. Und hier greift die allgemeine Regelung, Steuern müssen Sie ganz allgemein dann zahlen, wenn der Grundfreibetrag, 2023 beträgt der ja 10.908 Euro. Und zwar müssen Sie Steuern zahlen, wenn Sie mit Ihrem zuversteuernden Einkommen den Grundfreibetrag überschreiten. Würde grundsätzlich bedeuten, solange Sie mit dem Pfandflaschensammeln nicht über 10.908 Euro als Lediger kommen, müssen Sie keine Steuern zahlen. Was hier aber oft vergessen wird, ist, Sie dürfen dann keine anderen Einkünfte haben. Denn Ihre anderen Einkünfte werden beim Grundfreibetrag alle zusammengerechnet. Das heißt, Ihre Rente abzüglich Rentenfreibetrag, abzüglich natürlich Werbungskosten. Hinzu kämen eventuell Einkünfte aus dem Pfandflaschensammeln. Davon würde dann natürlich auch noch Ihre Kranken- und Pflegeversicherung und so weiter abgeben. Und so würden Sie dann Ihr zuversteuerndes Einkommen ermitteln. Und wenn das über dem Grundfreibetrag 10.908 Euro 2023 bei Ledigen, bei Verheirateten das Doppelte. Wenn die Einkünfte, also das zuversteuernde Einkommen, darüber liegt, dann fällt Steuer an. Also kurz und knapp, ja, Pfandflaschen sammeln. Wenn das nicht nur einmal passiert in der Fußgängerzone, wo Sie gerade mal eine Pfandflasche sehen, die abgeben. Sondern gerade die Rentner, die regelmäßig ihre Rente dadurch leider aufbissern müssen. Schlimm genug, muss man ja auch mal sagen. Auf die hat der Fiskus genauso ein Augenmerk geworfen. Grundsätzlich zählt das nachhaltige Sammeln von Pfandflaschen steuerrechtlich zu den Einkünften, muss grundsätzlich versteuert werden. Wenn Sie es nicht angeben, kann es im Extremfall sein, dass Sie sich wegen Steuerhinterziehung strafbar machen. Und natürlich kann man sagen, wie will das Finanzamt das denn nachvollziehen? Wie soll das dokumentiert werden? Ja, alles korrekt. Das mag ja sein. Aber darum soll es hier doch gar nicht gehen. Es geht rein um die Theorie. Auch gesagt, das Finanzamt ist sehr, sehr kreativ und einfallsreich, wenn es darum geht, irgendwelche potenzielle Steuerhinterzieher zu fangen. Und das sind immer nur die Kleinen. Die großen Fische lesen Sie immer in den Medien. Die gehörten doch nicht geholt. Immer nur die Kleinen. Aber wie gesagt, hier geht es erstmal rein um die Theorie. Und da ist die Frage, ist Pfandflaschen sammeln steuerfrei? Und das ist, wenn es regelmäßig erfolgt, der klassische Rentner, der leider darauf angewiesen ist, Pfandflaschen zu sammeln, und zwar regelmäßig Pfandflaschen zu sammeln, um über die Runden zu kommen, sollte der durch das Sammeln seiner Pfandflaschen mit seiner Rente zusammen dann über den Grundfreibetrag von derzeit 10.908 Euro kommen, müsste er eigene Steuern zahlen. Das ist schlimm, gerade für die, die darauf angewiesen sind. Aber ich glaube, der Fiskus wird es da aufgrund der leeren Kassen immer mehr ein Augenmerk drauf haben. Sie wissen ja, es wird immer nur den Ärmsten in die Tasche gelangen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreiben Sie mir gerne mal unten in die Kommentare, was Sie davon halten. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Amen.